Die sechste Kokosnuss Die sechste Kokosnuss, sie bringt das gierversessene Affenwesen fast zur Verzweiflung, denn es ringt vergeblich, diese aufzulesen. Je eine Nuss in seinen Pfoten, die fünfte noch im Maul verzahnt, wird uns ein Schauspiel dargeboten, das an die Grenzen uns gemahnt. Die Grenzen der Begehrlichkeit, die uns, wenn wir sie noch beachten, den Wohlstandswucherwahn entmachten. Beachten wir sie nicht im Streit um noch mehr Lebensqualität, ist es für diese bald zu spät. Wie jede sechste Kokosnuss den Affen in Psychosen treibt, verzweifeln wir im Lebensfluss, wenn uns zu viel zum Leben bleibt. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch Lasse los, umkehren oder umkommen, entsorgt den Wohlstandswucherwahn, es kostet sonst die Welt. Es ist 2020 bei Bot, Book on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bot, Book on Demand, Thalia und noch ausführlicher bei Google Books. Eine Auswahl präsentiere ich auf diesem Kanal unter dem gleichnamigen Titel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020